Das Spiel war genau richtig. Wir hatten ein spielfreies Wochenende und es ging darum, Spielern, die wenig Wettkampfpraxis hatten, Wettkampfpraxis zu ermöglichen. Spielern auch aufzuzeigen, warum sie vielleicht nicht in der ersten Elf waren und dafür war dieses Spiel gedacht. Das Spiel hat es ja auch dann deutlich gezeigt, in alle Richtungen, warum man vielleicht dann nicht so viele Einsatzzeiten bis jetzt hatte. Aber grundsätzlich sind diese Spiele dann immer gut und ein Kompliment an die Gegner, die dann nach ich weiß nicht wie viele Stunden Flugzeit gestern hier heute so ein Spiel auf dem Platz zaubern oder so ein taktisch diszipliniertes Spiel. Von daher hat das Spiel seinen Sinn zu 100 Prozent erreicht, auch weil sich kein Spieler verletzt hat.